Warum besorgen wir dem die Pillen? Die hat er nicht verdient. Der Arsch. Ich will mal... Ich muss mal pinkeln. Hm, ich mach hier an die Wand. Okay, hat gut getan. Was ist das? Was auch immer das ist, ne? Oh, hi, Clemental. Was machst du so? Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I, uh, getcha anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. So, um... Are you okay? What? Uh, yeah, yeah, I'm fine. I just, uh, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Uh, being good is... Good. Despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Okay. Wir haben uns echt viel besser kennengelernt durch das Gespräch jetzt gerade. Was ist das hier unten am Boden? Was ist das? Das ist ein... ...Energy... ...Energyriegel. Oh, ich hab schon zwei. Uh. Hm. Hm, geb ich dir einen. Was sollt'n Glückstag, Clementine? Hm. Ich glaub, ich esse die beide heimlich, hier um die Ecke. Erstmal rede ich mit dir. Wie geht's dir? Ich bin nicht sicher, ob ich dein Name habe. Es ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Ich habe nur gemacht. Ich habe nur gemacht, was ich früher hatte. Jeder war. Ich habe nur gesagt, ich habe einen B**** in front of meine Leute. Ich habe keine die Leute, okay? Es ist schwer genug zu sein, dass ich in charge of Menschen' Leben ohne einen D*** zu kutieren. Und die violence mit meinem Vater mit meinem Vater... ... das nicht helfen. Oh. what do you think about all this what is there to think the dead are up walking around eating people and turning them into more more of them i mean jesus we need to stick together and get through this what's wrong with him he's got a heart condition he takes nitroglycerin tablets Ja, das ist nicht wirklich eine Option. Ich versuche ihn einfach zu halten. Er hat eine Temperatur. Ja, er bedeutet das nicht. Ja? Wir haben Kinder hier. Familie. Er und ich sind eine Familie. Ich sage nur, einige Leute können nicht so ein Temperatur wie das. Hell, es scheint, wie du kannst. Es ist nur seinen Weg. Mach ihn nicht der Grund, warum alles verabschiedet ist. Doch, er ist schuld. Wo ist ihre Mutter? Savannah, ich denke. Oh, ihr seid nicht zusammen. Oh, nein, ich bin nicht ihr Vater. Ich habe sie in einem Haus gefunden, wenn ich aus Atlanta rausgekommen bin. Sie hat sich selbst überlebt. Ich glaube, die Mädchen'in Eltern nicht verabschieden. Oh. Ich habe eine Antwort auf eine Antwort. Sie waren in Savannah. Sie war mit der Sitter. Es war nicht gut. Well, sie ist Glück zu haben. Sie sind von hier? Ich arbeite bei Warner Robbins. Die Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Na, nur Mechanical Admin stuff. Ich arbeite mit ein paar Shitheads und Bureaucrats all day. Sometimes in Plane, wenn ich lucky bin. Du? Ich arbeite bei UTA. Was jemand hier, wenn ihr hier seid? Nein. Dieses Ort war ziemlich wrecked. Wir haben ein paar Schäden aus dem Haus. Du bist okay? Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wir haben eine älteren Familie gefunden. Dad holte sie raus, in case sie nicht wirklich tot. Ich werde sie jetzt zurückkommen. Ich werde sie zurückkommen. Hier. Ich trete dir auf die Hand. Ahaha. Was ist das? Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine schlaue Idee ist. Okay, die Tür ist verschlossen. Erste Hilfe, Kid. Daran werde ich mich doch mal bedienen. Ah, was ein Glück. Es ist immer noch eine dumme Idee. Was ist das? Ja, was ist das? Das war mein Vater's Kanes. Er würde ihn hier aufhören, von Zeit zu Zeit. War er sick? Nein, er war okay. Ich habe ihn mit ihm schraubt. Diese Kanes hat den Ort besser beschädigt. Er war besser, als ob er kein Geist. Und er wusste, wie er es aussieht. Er wusste, wie er es aussieht. Wie du mit deinem Hand. Mein Vater gab es mir. Sieht, Vater ist so smart. Oh, wie einfühlsam. Das war somit das Empathischste, was er bisher gemacht hat. So, was kann ich hier machen? Ähm... Ja, du hast mir. Ja, du hast mir... Du hast mir. 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 Es ist nicht so schwer. Wie ist es mit dem, was es außerhalb? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich glaube, es wird okay. Okay. Hier geht's. Ja, ich habe Kinder. Nein! Nein! Ja. Lachen wir nicht darüber. Ja, natürlich ist es der Sport. Ich spiele Sport, aber ich nicht wirklich so zu. Ich bin auch nicht Wahnsinn davon. Ok. Ich komme ein bisschen weiter. Naja, hasst mich meine Familie? Es ist kompliziert. Ich habe jemanden umgebracht, wie es aussieht. Ich will wissen, wen ich umgebracht habe. Au! Das war ein bisschen viel Blut. Jo. Wo war noch mal der erste Hälfte Koffer? Der war da hinten. Aber was ist? Ich will mir das Foto angucken. Und es nehmen. Oh Gott, ist das schlauig. Oh Gott, ist das schlauig. Du bist ein Professor in Athens, der hat eine Statsenatoren mit deinem Frau. Das ist deine Eltern's store. Die Leute in der Stadt wissen, dass der Vater sich selbst ein Leben hat. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich habe mich auf das Foto angucken. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht. Frankly, das ist ein Foto, das könnte in Hande kommen. Hm. Hm. Du sagst jemanden aus dem, wer du warst? Oder dass du warst zu diesem Ort? Nein. Ich verstehe. Der Welt ist enden da. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist? Wenn du nicht die Leute finden, will man einen Grund für dich auf dich, besonders wenn das Foto hits die Fan, dann bist du verrückt. Whatever. Du bist ein guter Typ. Und das letzte Sache wir brauchen ist drama. Du hast diese kleine Frau, die sich zu tun. Und... Look, ich mache mich nicht auf das. Ich warte nicht. Ich warte nicht. Gut. Wenn das dauert länger als ein paar Tage, und du bist ein Detrimmend zu der Gruppe, dann wir haben eine Probleme. Ich verstehe. Ich behalte es mir selbst. Jo. Das kannst du machen. Danke. Ich behalte es für dich. Schau dir nicht. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Die werden uns schon finden. Sie werden uns aufhören. Schau dir nicht. Ja. Okay. Aber wir sollten uns aufhören. Ich habe meine Walkie Talkie, in case sie versuchen, das so zu versuchen. Bleib bei mir bis dahin. Okay? Ich wollte hier Medizin suchen. Das scheint ja eigentlich noch eine gute Meinung von seinem Vater zu haben. Ah, da haben wir was, wofür sie brauchen. Ähm, was ist das? Ja, lass uns doch Mocker anmachen. So, ich könnte hier den Finger umwickeln, aber ich will mich erstmal weiter umgucken. Ähm, ich könnte mich um deinen Finger kümmern, aber das hier sieht viel interessanter aus. Ja, lass uns Fernsehen kümmern. Ja, lass uns Fernsehen kümmern. Ja, lass uns Fernsehen kümmern. Ach, Menno. Ja, lass uns den Finger kümmern. Ja, lass uns den Finger kümmern. Ja, lass uns die Finger kümmern. Ja, lass uns das nicht tun. Ein Pflaster drauf. Wo soll ich denn die Schlüssel finden? Sag's mir, Clementine. Wie geht's deinem Finger? Ja, kein Problem, ne? Wie geht's deinem Finger jetzt? Und wie geht's dem jetzt? Sei mal noch okay. Okay, ich glaub, das ist mir langsagt, Tom. Hast du was von Glenn gehört? Ich werde es dir alle kriegen. Äh, ich glaub, die ist alles gefahren. Aber wo soll denn der blöde Schlüssel sein? Ja, das hab ich schon gesehen. Wo sollte denn der Schlüssel sein, Genners? Ja, vom Vox mit dir. Die Frau sagte, du hast jemanden. War das denn, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Nein, er war nicht. Ja, meine Frau hat auch geblieben. Oh, war er schlecht? Er war. Ich will aber gönnen Eis essen. Wie geht's dein Doktor? Wie geht's dein Doktor? We're lucky as hell. Nobody got nabbed on the way in here. Little kid. How is she doing? Er schnappi geht's gut. She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What are you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Kat, it's not our business. I'm not sure they made it. We passed some houses on the way in, and things are pretty bad here. Well, you just don't know. Okay. Are you guys alright? We're just fine. Considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. So was passiert. So was passiert. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah. That's rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Be nettig zu dem Ben. Try to let it go. Be nettig zu dem Ben. Hey there. This is Glenn. And I'm kind of in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. And it's ready to go. Hey, er ist doch selber schuld. Ich hab immer noch kein Schlüssel gefunden, ähm, aber ich geb dir ein Müsli-Liebe. Hm, schade. Hm, was ist denn hier? Central High-Take State. Papers a week old. Feels like years. Yep, eine Woche fühlt sich echt wie Jahre an. Hä? Was hab ich denn da genommen? Ah, ich hab wieder zwei Müsli-Liebe. Oder ist ja spitze. Sie hat bestimmt nicht versucht, den Power-Knopf zu drücken. Das ist ja ein Schock. Wenn da jetzt keine... Da gibt's keine Batterien in diesem Ding. Nein, nun Technik. Du weißt nicht, wie Batterien aussehen. Ich fäng hier nur mit den schlausten Überlebenden ab. Ja, lass uns doch mal umgehen. Was sollte schon Schlechtes passieren, wenn wir jetzt rausgehen? Das sieht ja nicht so gut aus. Ja, dann müssen wir ja nur warten und dann geht ihnen das Essen aus. Ich denke, es könnte mehr als ein paar Tage sein, bevor alles alles rauskommt. Ja, ich denke auch so. Wir sollten es besser rauskommt. Das Ort ist voll von TV und Elektronik. Hm, aha. Machen wir doch mal alles an. Hm, stimmt. Hm, stimmt. Ja, guck ein bisschen Schnee-TV. Ja, ich habe ein paar von ihnen zu bemerken. Nein, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut aus. Warum kann ich den dann nochmal anklicken? Ja, lass uns die Stöße legen. Ja, lass uns die Stöße legen. Ich denke, sie können hier sein. Wir leben jetzt in einer Welt, wo wir gehen und gehen weg sind, ist eine aktuelle Möglichkeit. Genau. Ich kann nicht erreichen, diese Brücke. Das ist mein Papi. Ist das mein Papi? Ich bin ein Papi. Er könnte ein Arzt sein. Also würde er sein, hat er die Pfarrer-Käste haben? Ich sage, er könnte die Pfarrer-Käste haben. Ich weiß, er könnte die Pfarrer-Käste haben. er könnte jemanden. Sie werden rotter, werden alle schiegt. Und... Schau mal, Doug. was ich ist, ich werde die Pfarrer-Käste haben. Ich würde mich da wenn ich da hinbekommen kann nicht mal anklicken. Er könnte sich nichts mehr hinbekommen. Ich möchte mich nicht wieder anfangen. Ich weiß, dass ich das herum verpflichtet Ich glaube, es würde da vielleicht schon machen. Es hat so schnell funktioniert. Ich glaube, ich glaube, dass es das lohnt. Ich roze, dass das hier arbeitet. Ich hoffe, was ich finden kann. Es heißt, was ich finden. Was ist das? Daaaah. 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 Do you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And they dug. I think they are most of who you see wandering around out there. Huh. Let's head back inside. Okay. I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. But I've never found one yet. Central High Tech State. The paper's a week old. Feels like years. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Yeah, it looks good. It's not damaged. This place didn't get looted. Hmm. Where could be batteries? Batterien sein. Yes. Müsli-Riege. Yeah. It's not much but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's uh... Really sweet. Don't mention it. Hehehe. 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 Batterien. Oh dear. Uh huh... Oh dear. Oh dear. Oh dear. Okay. Oh dear. Oh dear. I'm not sure. Not sure. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Ja, vielleicht sind da ja Batterien. Ja, ja, du solltest da drangehen, nicht drüber reden. Ja, wunderbar. Hast du zufällig Batterien? Okay, hast du nicht. Okay. Okay. Energieba? We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. We just need to go to Fort Lauderdale. We just need to go to Fort Lauderdale. The first whiskey bring. It's not much but here, for the board. Aw, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Batterie! Ez a bőzávált szimul egy kút. A bőzávált a rádéóban. Köszönöm. A bőzáváltam a bőzáváltatokat. Hát, köszönöm. A bőzáváltatokat! Még elősegé downloaded? Még helyfáltatokat. Véze? Köszönöm. A körülében a tegyőre 머�izán csaláljátokat. És a bőzáváltatokat. Né,ggakég érzčicek. Oh, meine Katze ist hier. Super. Okay, weiter nach Batterien suchen. Parfümregal. Mhm. Alter Falter, die Batterien-Suche ist ein bisschen langweilig gerade. Bitte spiel nicht mehr mit dem Mikrofon rum, Spirit. Könnte ich bitte eine Batterie finden? Das wäre saugeil, dieses Spiel. Eine Batterie. Das ist doch spitze. Das ist doch spitze hier. Und hier ist eine andere. Ich sollte jetzt sein, dass ich es zu arbeiten kann. Es funktioniert noch nicht? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich mal schauen, dass das Ding. Geh'in. Hast du den Powercrank gedreht? Hm, nichts. Ich bin mit Idioten hier unterwegs. Nicht mal die Antenne ausmachen kann sie. Hier, Power. Lautstärke. Lautstärke. Flippen. So, mal rollt ihr mich jetzt hier farsch mit dem Radio. So, Power. You fixed it. As the unloadation continues to spread unchecked, the estimated death toll continues to skyrocket. W.A.B.E. urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full stop. Uh, uh, my producer is telling me we have to get off the air. Steve. W.A.B.E. wishes you and your loved ones. Ja, alles gut. God bless you all. Gut, dass ich daran zehn Minuten geredet habe. Want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bed as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Yeah, I agree with that thing. I can't reach that brick. Those TVs are on. And I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Those things like TV. Or at least the sound of it. Yeah. If they were louder, we might be able to clear the street. I can't reach that brick. Why not? It's doing what Lux do. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man. There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. But we're also parting to some egregious fire code violations. A few seconds of searching him. We'll know if he has the keys. Open sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. I know, Doug. It's a combination lock. I've got to knock that lock off of there. I imagine going out the back door and around is out of the question. If we're going to help Larry, we need to get this lock off of there. We'll break that lock off and I can get out onto the street. We'll break that lock off and I can get out onto the street. We'll break that lock off and I can get out onto the street. I can't reach that brick. I can't reach that brick. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Was muss ich denn machen, Kenas? Let's head back inside. Okay. Aber ich mach ganz langsam hier Fortschritte. Aber auch nur sehr langsam. Nur Mrs. Intelligant. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Get down. Da sind nicht gerade die hellsten Viecher. Das war nicht so schwer. Können wir hier rausgehen bevor diese Dinge uns bemerken? Nicht noch. Es gibt ein Survivor da oben da oben. Kein Weg. Wir müssen jetzt gehen. Ich hörte, ich war da oben, nach Gas. Und dann, da oben da oben in der Runde, ich hörte grünen von innen. Wer ist es? Es ist eine Frau. Wir sprachen und sie hat Angst. Ich versuchte, um sie zu helfen und sie begann sie, und sie begann sie, und sie sagte, dass ich bin. Ich versuchte, dass ich sie nicht war, und das ist dann alle diese Leute aus der Forst. Um. Um. Okay. Interessante Kamera, faszin. Okay. 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 This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. The West attracts these things. Now let's have a look around. Und während wir uns umsehen, warten wir auf den nächsten Part. In dem Sinne bis dahin, ciao!